Alleine die FPS-Unterschiede im Hauptmenü. Was zur Hölle? Jetzt habe ich 1000. Okay. Okay. Ja. Jetzt. So, dann machen wir noch mal... Find... ...SV-C1-SV... Survipировать... 99... ...SV-Airmove... Stimmt, haben wir rausgepatcht. Windmau 3 ist Noclip. Ach ne, stimmt. Für Noclip muss man nochmal neu laden. So, was haben wir denn hier so schönes? Eine viel zu sensible Maus, alter. Komm mal, 3. Hier warte mal, M. Raw Input. Das ist wie die 666, hier in Counter-Strike. Custom-Excel-Exponent aus. Custom-Excel-Scale aus. Maus. Ah, schon. Halt, dann so. Es fehlt, als wenn die Maus verschlägt. Aber das ist die Start-Option. So, was haben wir hier schönes? Machen wir mal Bind. C. Machen wir mal. Ja, C. Machen wir mal. Oh Gott. War nämlich klar. Raw ist eigentlich eins, aber ich habe ja keinen Anzug. Das kann ich gerade nicht anzeigen. Fangen wir doch erstmal da an. Wie war denn hier? Ja, da war das hier. So wie war ich das hier? Ja. Der ist jetzt jetzt hier. Okay, das ist einfach nicht. Ach, das ist automatisch. Ist das so cool, ey. Keiner gesehen. Bitte, da kann man von oben. Oh, das ist... Da kommt Säure. Alter, das ist vielleicht alles drüten. Können wir mal... Pulse 101 machen. Kann man dann hier anhelfen? Ja, bitte. Ja, bitte. Oh. Oh. Eins, was ich weiß. Das weiß ist, dass da ein Strich ist. Den habe ich eben schon gemacht. Das ist ein Strich von der Textur. So, das heißt... Das kann da durch. Das heißt, es wird alles unter mir Säure. Wenn man reingeht, ist man wahrscheinlich sofort tot. Alles Säure, Säure, Säure. Das ist schön. Aber klar, die ganze Welt will einen umbringen. Das ist immer noch so laut, ne? So, jetzt fällt es mal an der Stimme schlägt. Wenn der fällt, nein, dann kann man rein. Da hat er gerade... Auch da sieht man noch die Fixtur. Ich wandte mich in den anderen Maps drauf. Ich wandte mich in den anderen Maps drauf. Da sieht er auf die Finger unten und stirbt er. So, da ist... Er kann halt nur unten sein. Wird dann zerquetscht, wenn man die zu macht. Na ja, kann auch sein, dass einer Umstuhl das überlebt. Ach, wenn man einfach kaum noch solche Maps gespielt hat. Da weiß man jede Ecke, wo man hingucken. Auch einer. Glaube ich nur die von der Text. Ja, guck mal. Ähm... Da hinten einen begehbaren Container. Wir haben da oben ganz viel... ...einen begehbaren Container. Da hinten den Kram. Oh, meine Damen und Herren. Gehen wir mal hoch. So, hier. Da haben wir hier. Revolver 1, 2, 3. Dann haben wir hier. Bosch-Problem. Frage, ob... Kann man... ... 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 dahinter was ist darauf kann man da müsste man echt unter droppen ich habe gerade noch Medikids nachgeschubt, das macht am besten auch so hier oben klar, genau so das ist aber auch geschützt das kostet man im moment nicht, weil hier ist ein Passwort und das killt einen bestimmt als Troll das ist Bunker Anfang, da oben ist das Pack drauf auch bloß beides, bin ich gerade in das gleiche gelaufen oder bin ich gerade nicht in das gleiche gelaufen muss ich denn da sein, wenn ich ach ne, das eine ist um das eine ist um mich verkackt ähm dahinter irgendwas, nö was, es bleibt nur noch das das Egg richtig gut kann man nicht schaffen kann man nicht schaffen da muss man immer wieder zurücklaufen ähm, der Zug springen oh Gott, ich bin so dämlich, schön in der Luft gestaubt ähm 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 Hier explodiert der und auf der anderen Seite geht der Hortlust, das ist zöchentlich. Cool, cool, cool. Kann man sich noch den aber holen. Ja, schön, das ist eine schöne, also im Team Deathmatch wäre die bestimmt witzig gewesen. Irgendwann die Hälfte der Leute erstmal hier hochklettern. Unklettern sich den Revolver holt und die ganze Zeit Leute abfetzt. Schön hier, ich rein sneak mit den Minen. Die ganze Zeit den drunter. Jetzt mal krank. Kannst du die Leute überlegen. Wenn einer der Kiste besteht, aber hier will einen ja gefühlt alles umbringen. So, schön. Die Idee ist toll. Was für stepfunk? Pass auf.